Was ist denn ein Güter? Siehst du schon mehr? Ja. Ich bin schon wieder. Oh ja. Was ist denn eine NPC-Mission? Nein! Doch! Ehrlich? Ich bin in den Berg runtergefahren, da stehen auf immer zwei Kisten und 10.000 NPCs. Cool. Das ist mir vorher noch mit dem Panzer so passiert. Da ist ein Boot. Wisst ihr nicht, dass das ein Boot an einer Küste ist? Stand das da vorhin schon? Ja. Da ist der eine hingefahren. Achso, okay. Auf allen Dingen haben die uns nur mit dem scheiß Boot gekillt und nie normal. Also mich jedenfalls. Ja. Mich haben sie gekillt, weil... Wenn eine Pistole gegen Sturmgewehr war, nicht so einfach. Je nachher auch noch eine MK-18, die gerade gespawnt ist. Alles weg oder was? Auf dem Boot. Von den Waffen ist zum Teil alles weggespawnt, ja. Schön. Also ist noch zum Teil was da, aber... Ist alles zum... Da vorne ist ein Strider GMG. Aha. Genau. Bist du denn schon wieder vor, dass ich sie... Ich bin oben auf dem Turm wieder. Wo ich bin? Ach, da oben auf dem Turm wieder. Ah, okay. Okay, okay. Da liegen auch unsere beiden auch so umgekippten Autos. Huch. Das war zu schnell. Oh ja. Ich kann den Akea Marias bauen, nur ehrlich jetzt. Ungelogen. Mhm. Hast du fast fatt gesehen? Lütter? Lütter? Liegt dort noch eine MK-18? Ja, irgendwo bei den Leichen liegt eine MK-18, ja. Okay, dann komm ich. Da liegt auch noch ein Raketenwerfer... Das ist natürlich alles mein Zeug. Das ist alles verteilt. Da haben die sich alle... Alle... Überall hat jeder... Etwas da. Schießt hier? Philipp schießt, ja. Ich weiß noch nicht genau auf wen. Philipp, kannst du mir mal sagen, wo du hinschießt, damit ich weiß, wo der Gegner aus? Welcher Richtung der kommt? Der Gegner kommt da hinten, oder? Gelaufen. Gelaufen. Hoppala, das war ein bisschen hochgesiegelt, oder? Über dir, Toni fährt ein Auto. Wo fährt ein Auto? Ja, von dem Berg, wo Toni runtergelaufen ist. Da ist ein Auto langgefahren. Da sehe ich es, ja. Gibt mir jetzt mal Feuerwehrschutz, wie ein Sniper? Ja, der fährt hoch, der fährt hoch. Ach so. Der ignoriert dich. Das ist natürlich nicht so hochgeschossen. Oh. Ich habe das Auto kaputt geschossen. Oder... Oder wir haben das Auto kaputt geschossen, eins von beiden. Ich bin so ein oller Hacker, merkst du das? Echt? Hey, hey, Michael, du Scheiße. Du Foto, du Elender. Entschuldigung Ja, da war der... ...spieler jetzt... Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben Ich meine, wo die Beeten hergekommen sind, die sind von... ...komisch, wo die da gespawnt sind Komisch Wo ist... Wo ist mein Stuf? Ja, wenn du... Das hat er überall verstreut Der eine hat was dabei und der andere hat was dabei Das... Die ganzen Leichen alle abgeklappern Ich bin der MK18 ist nix, Meier Er liegt ohne meine Leiche ohne mehr Ja, ruhig mal Ich will einfach fragen, der hat die vorhin gesehen Die MK18 ist oben beim... Alfred Ja, da lagen auch noch drei Leichen Hier auf dem Friedhof liegen auch noch zwei Leichen Ne, beim Alfred liegt sie Ich hab sie genau anvisiert Ok 24 Schuss 27 Schuss hast du noch? Ja, die Leiche hier Achso Die Leiche hier an sich Ok Die hat ein Boot, ne? Warte ein Boot Warte ein Boot an Warte ein Boot an Ja, das... Das ist weil ich das Boot mal glaub nicht ausgemacht hab Ich glaub das ist Kacke Ja, ich weiß Musste ich nicht Warum hat denn die hittliche Waffe ein ACRO-Visier? Ich will ein SOS, Mann Keine Ahnung SOS, Mann Und so weiter Vielleicht hab ich noch ein SOS-Visier dabei Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, guck mal, guck mal an Ich hab einen Raketenwerfer... Hä? Ich hab noch einen Raketenwerfer bei mir im Rucksack Entschuldigung Du brauchst noch ein Raketenwerfer? Ich hab ja einen, aber ohne Muni Ich hab einen... Ich hab einen mit Muni Wurde komisch Ich brauch ein SOS-Visier Also ich... Musste auch... Komm mal, komm mal... S... Hier am Friedhof Wut... Wutde... Wutde fck wenn der Nachladen denn hier die ganze Zeit Ich? Wutde Aber der Turm ist scheiße zum Schiessen Ja, Toni, hier ist der Raketenwerfer, der Grüne musst du nehmen, bitte, ne? Ja, hier bin ich gestorben vorhin, ja Ja, und hier ist die Rakete dafür Ja, fliegt sie dir hin Da Ist das dicke Ding Es hat denn noch eine Raketenwerfer? Vielleicht ist es ein bisschen buggy. Noch einer da dran. Wir brauchen SS bis hier. 42 Rakete. Ne, der hat aber auch kein Ding. Das habe ich zweimal. Guck mal ob in meiner Leiche hier vorne noch ein SOS-Fusier dran ist. Die hat auf jeden Fall einen Aufsatz, musst du mal gucken. Der legt neben ihn, Alter. Hier ist jemand. Hier liegt auch noch eine MK200. Aber auch ohne Visier. Guck mal den hier vorne, der hat hier auch noch was drauf. Ich weiß noch nicht genau was. Hier liegt noch eine Leiche hier drunter unter der Platte. Visier drauf, aber ich kann dir nicht sagen welches Visier das ist. Oh, du musst die aber erst mal aufnehmen. Ja genau, da musst du erst mal deine wegpacken. Oh, HCO ist ein Scheiß. Ja gut, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also von mir aus können wir zum Ganzen noch mal los. Ich bin Fahnder. Ich habe jetzt 13.600 dabei, also. Ich habe 14.000. Ja. Du hast ja meine Kohle aufgenommen. Oh Mann. Haha. Nicht nur. Nicht nur deine Kohle. Ich bin immer mit 3.000, 4.000 hierhergekommen. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Vor allen Dingen habe ich mir original ein altes Live-Klamotten gehofft. Ja eigentlich schon noch irgendwo rumliegen. Ein Hemd und so. Mann, da gespawnt das Auto. Okay. Ne, der Schwung. Seht mich gar nicht. Seht mich gar nicht. Hat jemand, weiß jemand wo, ein... Ist da ein Reparierkasten dran? Wohl. Guck mal wie ich vor. Ja, ja, wollte gerade sagen. Sieht so crazy aus, Mann. Aber ich sehe es auch so. Also es ist kein Deezing. Das passiert gerade echt. Schau mal. Nochmal so hin und her. Einsteigen. Alter, warte auf uns. Er kann ja mal unsere Autos umlaufen. Ich habe Angst, dass du mich tötest. Er mit dem komischen Kacke, ey. Ne. Ist da ein RCO drin, ne? Falls jemand noch eins bauen. Ich hab's mit dem. Ich hab's mit dem. Haben wir ausgefahren, ne? Alter